Leute, 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 heute mal was gar nicht Newsmäßiges, sondern einfach mal aus, wie soll ich sagen, etwas was mich betrifft und ich von vielen von euch angeschrieben worden bin, weil ist ja nicht nur ein Newskanal, es gibt ja auch noch andere Dinge hier, mich als Person, hi! Nee, ich wurde öfter angeschrieben, Leute, weil ich nicht mehr jetzt das aktuelle Video vom Profiblinker, sondern im letzten Video vom Profiblinker erschienen bin, Profiblinker haben Material von mir genutzt und ich wurde öfter angeschrieben, IC, du musst das Video claimen, das kann doch nicht sein, Dubai Profiblinker in den Videos und sowas alles und ich sag euch ganz direkt, Leute, das stört mich gar nicht. Klar, Profiblinker hier und da, aber lass uns erstmal reingucken, was genau Profiblinker mit meinem Content fabriziert hat. Und da sind wir auch schon im Video, Fake Detectives und Angelforensiker. Also in dem Video geht es darum, dass Profiblinker viele, viele Situationen aufzeigt, Beispiele aufzeigt, woran man erkennen kann, wie Betrug in der Angelszene stattfindet. Und wenn ihr euch eine eigene Meinung über das Video machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Den Link packe ich unten in die Infobox, da könnt ihr nochmal auf das Video darauf zugreifen. Na, ich hab's nicht geschafft, das ganze Video anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Und ich zeig euch einfach mal kurz die Situation, wo ich mit drin bin. Na, ihr sagt doch nochmal, nicht gezielt gegen einzelne Firmen, sondern soll ein Beispiel zeigen, wie man fragwürdige Bilder analysieren kann. Schön, schön nochmal differenziert. In diesem Film zeigen und erklären wir euch die gängigsten Praktiken, mit denen gefakt wird. So. Beginnen wir. Da war ich einmal. Das war das eine Mal und das andere Mal war, glaube ich, bei Minute 54 irgendwo so. Guck mal hier mal rein. Ich glaube hier. Dass der Betrug, schon lange vorher geplant. Das war damals der Catch-and-Free-Skandal bei der Talk-Fiction. Vorbereitet und dann von mindestens zwei Leuten ausgeführt wurde. Die direkt von der Talk-Fiction kommt und das Ganze soweit wiedergibt. Denn das Ganze ist ein Skandal, Leute. Einfach ein Skandal. Und ich frage mich, warum sowas in der heutigen Zeit noch nötig ist. Denn im Grunde genommen kommt sowas doch immer an die Öffentlichkeit. Und dann passierte bei der Talk-Fiction folgendes. 14 Minuten vor Ende des Turniers. Hier haben sie auch noch hier einen Ausführer-Berichterstattung. Findet ihr auf unter Skandal bei der Talk-Fiction. Super, super lieb von euch. Herzlichen Dank für die Referenz auf jeden Fall. Hier ist ein Haufen Fische in die Werte gegeben. Sind die Fische wirklich selbst gefangen? Oh, hier oben steht doch noch Quelle Angel-News. Auch geil, Mann. Auch geil. Quelle Angel-News, Mann. Ihr seid geil, Profi-Blinker, Mann. Hier oben sieht man ja Angel-News-Kandal bei der Talk-Fiction. Geil. Ey, Profi. Da bin ich ja mal beim Olymp angekommen. Die Jungs von Profi-Blinker gucken meine Angel-News. Ich grüße euch, Leute. Hi. Schön, euch zu sehen. Das Ganze wurde vor der Orga geregelt. Das Team aus der Wertung. Selbst ein fast blinden Wertungsrichter hätte dieser Betrug sofort auffallen müssen. Ist sogar passiert. Ist sogar passiert. Ich hatte ja hinterher nochmal mit der Dings, ähm, mit der Leitung der Talk-Fiction gesprochen. Und es ist den Teamern, ähm, aufgefallen. Es gab dann ja auch Konsequenzen, die nicht weiter so, ähm, an die Öffentlichkeit reingetragen worden sind. Wie geil ich bin, Alter. Die Fische sahen sehr gefroren aus. Fisch-Freezing, Alter. Ihr Spezialist für TK-Waren, Alter. Ich hab nach dem Moment auch nur gewartet, dass Froster jetzt vielleicht ins Angel-Business einsteigt. Aber ist auf jeden Fall nicht zu kommen. Ich glaub, das war das einzige Material. Also, Leute. Wir gehen nochmal wieder in den Vollbild rein, Leute. In erster Linie ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Klar, Profi-Blinker hin oder her. Da hat jeder seine eigene Meinung zu. Aber sie haben mich ja sozusagen benutzt. Nur benutzt, um nochmal aufzuzeigen, dass es sogar bei Fun-Turnieren sogar, ähm, Betrug gibt. Und das ist ja überall. Was ich in den letzten Jahren alles mitbekommen habe, was es am Betrug gibt. Da treffe ich mich auch bald mit Christian Birett. Dem Gründer von Lohmasters. Und da werden wir das Ganze auch nochmal ansprechen. Betrug bei Turnieren, etc. Hab ich schon aufgeschrieben. Und da gibt's auch bald den nächsten Talk für euch, Leute. Da freu ich mich schon drauf. Birett, Birett ist am Start. Das wird stark. Das wird stark. Also macht euch keinen Kopf. Ich hab mich sehr gefreut, dass ihr mir das zugeschickt habt. Weil sonst hätte ich's wahrscheinlich nicht gesehen. Äh, erstmal Grüße raus am Profi-Blinker. Danke, dass ihr mich benutzt. Ihr habt mich benutzt. Geil. Danke, dass ihr mich benutzt habt. Absolut. Absolut okay. Und, ähm, ich sag, solange man nicht da irgendwie angegangen wird oder sonst irgendwas. Oder was auch immer. Finde ich das überhaupt nicht schlimm. Finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ähm, und solange das jetzt kein rechtsradikaler Scheiß ist, sexualisierter Scheiß, Sexismus, ach, ihr wisst, Diskriminierung, alles Mögliche in dem Bereich, ähm, ist das okay. Benutzt mich. Benutzt mich. Könnt ihr einmal Material machen. Ich mein, im Grunde genommen mache ich häufig nicht viel anders. Das müsst ihr auch mal bedenken. Ne, ich mache Reaction-Videos. Ich zeige Content von anderen Firmen in den News oder reagiere darauf. Deswegen, und, ähm, warum sollte ich da auf andere mit Stein werfen, wenn ich doch selbst im Glashaus sitze? Ne, deswegen, das muss man dann mal bedenken. Herzlichen Dank für eure Nachrichten, Leute. Weiß ich sehr zu schätzen. Und, ähm, ja, das Video findet ihr unten in der Infobox, Leute. Das Video findet ihr unten in der Infobox. Und, ich wünsche euch hiermit einen wunderschönen Mittwoch. Dieses Video ist jetzt, dient eigentlich nur nochmal zur Aufklärung. Einen wunderschönen Mittwoch. Passt gut auf euch auf. Und, äh, lasst euch gut gehen. Und wenn ihr im Wasser seid, natürlich dickes, dickes Petri. Und, äh, lasst euch gut gehen.